Herzlich Willkommen liebe Leute zurück zu let's play Animal ja das war Tomo dazu live Willkommen zu der neuen Folge von let's play Tomo das hier live ja so dass wir dabei sein wir haben einen neuen Mieter tatsächlich den wir begrüßen werden und einfach damit fangen wir zu einfach gesagt glaube ich mal direkt an mit dem MIE einfügen und danach gehen wir unsere anderen MIE Stores und kümmern uns ums allgemeine erst mal wollen wir aber hier ins Bürgermeister zentrale Verwaltung heißt das da reingehen und an MIE registrieren davon bin ich aber gerade komplett falsch merke es gerade aber was soll's das muss ich gerade überlegen wort man immer MIE registriert jetzt weiß ich nicht mehr ich komm drauf rathaus war's so da geben wir auf QR Code und zwar einlesen und aha hier seht ihr wieder mal ein tolles tolles Setup hier lol wie ich das hier immer und immer wieder weiter rein spiegelt seht ihr das und da bin ich hi ob man Greenscreen könnt ihr hier sehen der voll krass ne ok aber die beide eigentlich den QR Code suchen den haben wir bis hier und den halt einfach mal hier ran und sieh da es funktioniert hier haben wir nämlich das MIE vom LIRON und das tun wir doch gleich als die Wohner registrieren so LIRON hatte ich der gute den Spice mal auch direkt ab und wie gesagt sagt es ja immer wenn ihr nur könnt tut mir eure MIE direkt in der Tomodassi Liveforms hacken weil dann habt ihr halt einen Vorteil oder ist ein Vorteil dass man halt direkt das so hart wie ihr den erstellt habt haben wir jetzt fast auch der erste Eindruck kühl, sich Charakters zurückhalten, Forst, Textur, Vernunft gesteuert und nachdenklich es zeigt nur selten was ihm innen vorgeht und das allgemeine bla bla also ja ne das war's eigentlich von hier wir haben keinen weiteren mehr es ist neuer als da der neue und hier fangen wir auch gleich an so du bist jetzt hier ganz genau Lira und du bist hier ganz du hast aber ein interessantes Zimmer ne zu dir kommen wir auch vorbei aber wir arbeiten uns für nix nach Rests und fangen hier bei mir und Kröte an ich möchte etwas neues zum anziehen es sind wieder aus neues im anziehen aber ok äh ne was ein bisschen was styleres als das was wir bis jetzt so hatten ich will es sagen die Form freiside bekleidung das ist doch immer gut dann bekomme ich mal gleich zwei ja die gebe ich dann auch ein kleis weil freiside bekleidung das ist doch perfekt wir sind hier haben wir freiside bekleidung aus i mean why not also packen wir doch gleich die morgen wird die freiside bekleidung aus wofür den Hut abziehen bei einer kombination wäre es bestimmt überhaupt aber die feld im an ist hier wie sie wie sie mag ja den ist freiside outfit ist doch cool aber ok kann man das nicht du du kriegst mich auf ne dass dir nichts gefällt hier was krimassen übel so aber er nähe den hut nehmen die es ab das passt das schon viel besser zusammen seht ihr so man muss immer abwägen und schauen dass man das ganze besser macht so ich will sich grad an irgendwie rumsitzen und uns irgendwelche stories erzählen offensichtlich ist i don't know so weiter so cookie und zauern was bei ihm so abgeht zwei monate warst du nicht hier eben bist er warst gestern ich hab doch gestern bei dir bei ne ich hab guck jetzt hab ich gestern nicht dabei gezauert ne uff hunger ja komm haben wir gerade noch hier also gehen wir dir gleich über sieben auflauf über das weg essen was wir noch haben das sind das lehrer ist ja nicht umsonst auf dem zweiten platz bei marken gerne ne ein kleines dankeschön und dankeschön das ist ja sehr schön yeah ihr badeset das kann man doch immer mal gebrauchen jetzt so so grad war ich noch bei mir jetzt ist sie bei ihr aber ok so viel ist der vergnügungspark ui das können wir das bitte mal vorbeisauen bei vergnügungspark aber was haben wir erstmal was weiß bongo es so gibt es jetzt so was will das direkt hier ja ach dort ist glück aufhört und passt so ich habe ab richtig teures bekommen immer teuer hier alles ne lachsmüllerin ist das teuerste müllerin keine ahnung was es ist aber es ist das teuerste was wir hier haben also das müsstet ihr eigentlich schmecken das bongo das hat er absolut lecker oder ist das sogar auf dem ersten platz du bist kurz vor dem zweiten level dann bekommst du das nächste mal deine erste inneneinrichtung so sagen wir mal wie Liron geht das was sie sagen hat hier im neuen Heim ich heiß Liron alle sagen ich bin etwas steig alles klar ok das hier ist der etwas steufe Liron ich will immer auch zum bösen schwingen eine gute Meme zu machen ich will jetzt glaube ich das große die das steufe Liron die raushaut ist ok ich habe da auch so aber jetzt kommen wir nochmal vorbei so viel weißt das passt halt wirklich ne so viel in diesem vergnügungspark das passt wirklich jetzt ich setze sie auch wirklich so ein wenn sie dabei sitzt irgendwie da auf der Kirmes oder sonst wo ist was man jetzt immer in den Status sieht das passt irgendwie richtig so siehst du so viel nicht nur um real life sondern auch ähm hier in Tomodachi live bist du gerne vergnügungspark passt doch allerdings haust du nur so wie ein leeres Karussell hier rumgefährt aber ok was haben wir denn so für Eisleitung hier ua ach da gibts ok fast hier ähm na gut magische Momente sind laufen die gerade noch zum Aufnahmeszeitpunkt haben wir es kurz noch warte mal ich glaub die Uhrseite ist anders in dem Ding ne ach keine Ahnung also viel ist hier im vergnügungspark unterwegs da ist nochmal schön ich glaub der will jetzt nochmal hinzuhören weil es hier mit snower was der Vergnügungspark ist ähm wenn ich auch mal ganz schön hier oh tu mir ganze Quest ist jetzt was ist denn das hier uh was ist denn das hier ach so die wird kämpfen ah damit machen wir mal hier oh was ist das hier ja das ist immer ein sattes kleines Minigame guck das ist ein Treffer ähm 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 ich lass jetzt alle hier mal schön angreifen magie oh der ist entkommen okay ey das ist aber eine interessante Quest keine Ahnung wie lange es hier weiter geht aber es ist lustig dieser Vergnügungspark hier so wir gehen mal nach links hab ich es einfach kurz für die Sieg des Wurzlossen hab ich es einfach kurz für die Sieg des Wurzlossen und das war der falsche Weg wie sottu ist das hier ja komm aufessen wie wärs David ich glaub magie ist hier deutlich effizienter behaupte ist weil da deutlich mehr Sahnen macht weil da deutlich mehr Sahnen macht ging auch so kann es besiegt denn was ich hab das verwenden was wir einfach gesagt mehr Sahnen macht und so kommt man hier immer weiter in diesem doch lustigen Minispiel also sagst du hast hier geparkt hier im Vergnügungspark was sei denn jetzt unterwegs oder so dort geparkt ich biete das auch an okay das hier der König der Kuchen hier bam weil ich mich schon gefragt habe den Part machen wir tatsächlich nur als Livestream äh nicht Livestream sondern ähm generell das Projekt machen wir jetzt weiterhin nur als ähm ähm Premiere weil ihr da ja wirklich Witzbild eure Mies und dann könnt ihr das eben als erstes sehen wenn ihr Zeit habt als Premiere und das planmäßig immer um ähm 18 Uhr die Premiere täglich ist von diesem Spiel soweit zumindest in der Theorie immer Plan ob sich das jetzt auch in der Praxis genauso umsetzen wird wir werden's sehen ach die haben nur begrenzt davon oder wie so ich dachte der wäre tot aber das letztlich nur tot wer lebt der eigentlich noch hier daneben scheiße erstellt stelle ich mich nur tot oder bin ich tot ich habe keine ahnung ob es gut ist dass wir gerade machen ich glaube nämlich nicht weil es immer mehr Leute totstellen aber okay okay es war ja doch durchaus interessant so weit ein definitiv interessantes mini spiel da muss man genauer rein finden aber okay wir lassen das mal bei dem dort ist der freizeitpark hier haben auch den wenigstens mal angeschaut so bei mir aus gibt es soweit keine probleme das ist das schön und damit gehen wir und cookies sind hier okay ist hier so viel ist jetzt im café gut ist auch im café dann haben wir doch jetzt noch mal was die im café so treiben weil ich noch mal aufs haus und sondern immer so weiß auch im café also so die machen jetzt hier mit es nachmittag und trinken so ein café oder ob die pen eigentlich nur ne also bei der die geht die party ab hier sehen ist das nicht veranstaltungen im café oder wie interessant hier und treffen oder wie im feld bei geringer einwohnersaal dann ist das für uns da ist eh interessant bis jetzt noch später kommen irgendwann mal viele aber käme ist was hier von mir der hat ja auch noch nicht so die krasse einrichtung sie ist gerade hat das erste mal bei dem hier sind natürlich bekommst aus dem essen kann es sein dass ich das letzte mal so hinzugefügt habe aber dann irgendwie nichts mehr gemacht hat keine ahnung nehmen wir uns jetzt damit kann man nie was falsch machen kauft erst mal drei stück oder vier stück dann habe ich auch werse kostet auch noch mal ein bisschen was hier habe es den ersten vorgekauft du musst nicht immer noch was nachkaufen hat zum vorteil wenn man das das bisschen hier aufteilt so die finanzen geben wir dir noch mal ein schnitzel schnitzel ist doch immer gut und lecker das schmeckt eigentlich sehen und er fand es absolut lecker sie ist gut eingesetzt das ganze ich denke eigentlich ich bin gar nicht so ein fünsterer typ ist aber okay es hätte fragt es mal lieber nicht weiter so mir dann will auch noch was denn wir das haben wir bei ihm doch auch noch mal vorbei ach du hattest look auf na dann aber du wirst noch was dann gehen wir dir mal einmal spagetti und hauen ob sie das merken das weiß ich nicht die fand er absolut lecker wunderbar sie ist ja mal hier wieder gehen aber das nächste was hier ist ja immer was los das aber ist ja auch schön und gut so so ja und dann ist auch ganz meinerseits wie sie ihn hast du glaube es Hunger ist das was du mir sagen willst die gewisse erinnern aber dann kaufen wir mal eine neue Einrichtung was haben wir alles hier das ganze das passt nicht zum gamer ich kaufe die horror die passt aus dem gestandenen mann der es ist gamer nennt das hat mich gespalten wie er aussieht weil er uuuh danke für die neue Einrichtung persönlich bin ich sie naja also toll finde ich sie nicht okay übrigens will ich vielleicht noch gut motiviert hat unser gamer hier nicht gerade aus aber uuuhh haut das mal okay das ist erst gruselig was meinst du was meinst du was meinst du was meinst du gut gut das ist alles was beschäftigt oder sonst irgendwie dann machen wir noch den Spendbrunnen hier zum Abschluss und ja dann beim brunnen immer der abendliche Appell so zu sachen ähm seht mir doch gerne eure Mies dazu wenn ihr wollt umso mehr Mies kommen umso lustiger ist jederzeit per pr einfach mit euren Miko R-Code zicken dann könnt eure Mies mitspielen umso mehr kommen umso lustiger ist es umso viel mehr Mies mitspielen sagt er jetzt immer mal wieder aber es ist ja auch jetzt nicht gut so ich hab gerade durch das ist das jetzt immer als Premiere macht wie ich jetzt play will ich auch noch mal ein neues Haar in Hans Hussau und das Husshecken ich glaube das wird cool also das wird noch ganz anders werden das Projekt so wenn das täglich Spiel das hat doch auch was ja es gibt ihr seht es gibt noch viele neue Sachen die wir jetzt in den nächsten Parten mal alles abklappern werden was die mich jetzt noch gar nicht uns hier angeschaut haben beispielsweise das Pfandhaus Hutmacher im Park ahja diesen Brautester hier liebes Barometer von gestern und also seiks im Café ist aber noch ein Ereignis da ist das hauen wir jetzt doch noch mal das mit rein uh was geht denn hier ab wie schaffe ich es nur lässiger auszudehnen versuch einfach besser auszudehnen wenn du Schlagmutter trägst trag doch einfach öfter mal eine Melone äh was für Melone trag gibt es hier in der Nähe nicht irgendwas wo man mal hingehen könnte lass uns doch einfach in den Vergnügungspark gehen gehen wir doch mal zum Strand wie kann ich nur Gläderer werden Lies Haltbücher du brauchst einfach mehr Mangos was geht hier ab die Mädels quatschen in letzter Zeit viel überfällt uh okay du bist angesagt hier ja ich nähe viel besser aus Alter was geht hier ab bei Jungs treffen oder wie ja läuft ne steinkohleblocken zu sammeln steinkohleblocken zu sammeln ja wie soll nix ne ich finde steinkohleblocken auch toll ich habe neulich seltsame Stimmen gehört aus dem Apartment von Doofy du meinst diesen Krach neulich mitten in der Nacht Sophie was hast du denn da gemacht hier na 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 ich sag's ganz ehrlich keiner steht so sehr auf das Kurkugeln wie ich also ich glaub das Gispress geht hier irgendwie noch eine halbe Stunde dann weiter im Milch zu lassen wurden wie kann ich nur cleverer werden du brauchst einfach mehr Panetoni das sind Panetoni du bist doch schon klug genug ja mein ich auch ich bin klug genug ne so und dieses Funkstil ist um raus zu gehen hier sehen wir hier ist also Gispress Bedarf gerade das ist ja erst interessant hier Grillparty oh mein Gott dann haben wir auch noch im Park wenn es auch noch ein Zwilliges Ereignis gibt das haben wir jetzt hier Freizeitpark Grillparty und noch viel viel mehr hier es ist ja herzlich was hier alles abgeht aber wir schauen vorbei uh die Anna von der Insel während die Jungs hier spressen machen eine Grillparty die anderen Jungs und Mädels ich weiß auch so viel als einzigste Mädel was gerade dabei ist das Mikro zugeben Bananenschalef die richtige Antwort Bananenschalef die richtige Antwort oder55 ja moin ja moin ich weiß he ja moin oh ja bekommt dass die Mies ab oder so rauf oder wie jawohl also wenn die 1 für den Kaffee setzen machen die anderen eine nette Grillparty Baden-Wetter gibt aber auch erstaunlich lecker was sie wieder mein ganzes Set-up abgefallen ein zwölf ist dafür Leute so ja die machen hier noch so eine hier noch die schöne Grillfeier ja ist doch schön zu sehen was hier abgeht also irgendwie beschäftigt es auch keiner erstmal irgendwo im Haus oder äh das heißt ja drauf dass die eigentlich alle Grillparty oder sonst was machen da fragst du dich weiter ja ne also alles hören grillen oder im Kaffee oder sonst wo rumhängen ist doch ganz schön und lustig ja ne im nächsten Part geht es weiter das hauen wir uns wieder an was uns im Mies noch so machen so langsam geht es ja ins Rollen und so langsam passiert hier auch was das ist doch durchaus sehr schön ja liebe Leute und ich bedanke mich jetzt ganz herzlich beim zusauen von dem Livestream also ich soll nicht Livestream aber von der Premiere wenn ihr jetzt das Premiere schaut sonst als Video sag ich herzlich danke fürs Zuschauen machts gut liebe Leute bis zum nächsten Mal und ciao bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal.